Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Wir sind nicht dafür ausgestattet, Poison Ivy einzusperren. Sie bleibt ja nur noch ein paar Stunden hier. Dann wird sie nach Blackgate verlegt. Klar, wenn sie vorher die Polizeiwache nicht zum Einsturz bringt. Okay, Donutfresser. Bringt ihr Ivy jetzt zu mir oder muss ich mich selbst auf den Weg machen? Wie ihr wollt. Harley, hör gefälligst auf, herumzutröteln. Wir müssen Poison Ivy sofort nach Gotham bringen, wenn wir Batman vernichten wollen. Halt den Schnabel, Spatzenhirn. Vergiss nicht, ich helfe dir und Scarecrow nur, damit wir Batman töten können. Oh, oh, da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen, was? Gut, jetzt beeil dich und such Ivy. Muss schon sagen, beeindruckend, wie du dich vorhin geschlagen hast. Ein Mädchen wie dich könnte ich gut gebrauchen. Kein Interesse. Oh, wie viel, liebe Es. Was wirst du mich kosten? Sag's mir. Ich bin nicht käuflich, Pinguin. Für kein Geld der Welt. Vor allem nicht von Leuten, die meinen Pupi umbringen wollten. Dein Pupi sieht jetzt die Radieschen von unten, Quinn. Und ich kann dir einen Job geben. Also, was ist dein Preis? Du könntest es dir nicht leisten. Außerdem bin ich nur einem treu. Das werden wir noch sehen. Rot, sie ist im Keller. Lass uns das hier zu Ende bringen, bevor Scarecrow sauer wird. Das wollen wir beide nicht. Nein, wollen wir nicht. Ob Scarecrow dich rupfen würde? Hey Butterpot, was will Schmiercrow eigentlich mit Pammy? Was tut das zur Sache? Wenn Scarecrow sagt, wir brauchen Ivy, um die fliegende Ratte zu töten, dann brauchen wir Ivy. Hey, von einer fliegenden Ratte war nie die Rede. Was für eine Ratte überhaupt? Es ist Batman, der sterben soll. Ah, den meinte ich, Harley. Den meinte ich. Quinn, bewege deinen Hintern. Meine Männer haben Nightwing draußen gesichtet. Und? Du willst weitere Komplikationen sicher vermeiden. Au contraire, Pinguin. Wie der Joker zu sagen pflegte. Wenn es nicht kompliziert ist, macht es keinen Spaß. Ah ja? Ich weiß nicht mal, was ich dazu noch sagen soll. Ich weiß. Er war so tiefgründig. Rotschopf. Oh, bist du froh, mich zu sehen. Harley, du willst mich befreien? Wieder mal. Los, wir haben sie umzingelt! Endstation, Quinn. Bad Night! Nightwing. Brauchst du Hilfe? Na, na, das ist doch mal eine Überraschung. Jetzt schnapp dir Ivy und bring sie raus. Da wartet ein Wagen auf euch. Scarecrow wird erfreut sein über unsere Arbeit. Unsere Arbeit? Entschuldige mal, Butterpott. Nur rundzulabern ist wohl kaum Arbeit. Du kleine Miese. Na, na, sei lieb oder es gibt keine Ivy. Komm einfach zurück nach Gotham. Laus, Pammy! Scarecrow möchte dich sprechen. Abonnieren. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.